Eine Runde mal auf. Das ist jetzt keine Kampagne, falls ihr fragt. Das ist jetzt Multiplayer. 2 gegen 2 Multiplayer. Versus Modus. Das andere ist auch Multiplayer. Mal zum Test, um zu schauen, ob der ja noch nebenbei rausfliegt. Zwei Spieler haben die normalen Charaktere. Zwei andere spielen Infizierte. In diesem Fall spielen Rue und ich infiziert. Wir sind jetzt auch zu viert im selben Raum. Absprechen ist eher so zum Spaß. Zum zeigen. Muss ich den Charakter spielen? Ich schätze mal schon. Gibt es jetzt gerade nichts. WTF? Wir können doch irgendwo langkrabbeln. Dann werde ich vielleicht auch dafür, dass ich dann noch eine weitere Runde mache, dass wir dann mal die Infizierten sind. Ich glaube, das wird abgewechselt sogar. Ach so. Ach so. Ob das man dann von beiden Seiten mal sehen hat. Ja, das wird gewechselt. Oh nein! Wow! Hallo, Charger, wer auch immer das war. Au! Was darfst du, ey? Komm schon, ich will einen Splitter oder so was haben. Dann kann ich mehr anfangen. Was? Ich konnte nicht angreifen, gar nichts machen. Springen kannst du nur, wenn du kauerst. Du musst kauern zum Springen. Okay. Quasi wie jeder andere Überlebende sich hinkauert und dann kannst du den anderen fangen. Ach so. Ach so. Oh, jetzt sind wir falsch. Ah, falsche Richtung. Ah, hier. Oder war das die Richtung? Oh nein, 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 nein. Blal? Was sind das denn? Nein! Eisen! Ah! Feuer! Ah, ich brenne. Feuer! Feuer! Ich kann auch nicht zielen. Äh, dankeschön, Bill. Kein gutes Zeitpunkt, so was zu machen. Hm. Au! Äh, nein. Das machst du nicht. Ah ja, Zombies, aber ja kein Fallschaden. Praktisch. Ja, toll. Wow, so schnell 25%? Oh mein Gott, wir müssen uns mal ranhalten. Die hängen uns noch ab. Hm, wir müssen schnell aufstellen. Das mitnehmen. Wow. Ah, scheiße, boom, wir kommen Zeit. Nein! Okay, Keanu, wann. Ja, wir sind immer Special-Infected. Also wir können keine regulären Zombies sein, das funkt nicht. Ja, aber es gibt immer auch mal... Wir können aber auch mit Glück zum Tank werden, also. Ja. Da! Hat sich vorgegangen. Nicht viel. Nicht viel. Aber du warst gerade so perfekt mit Reichweite für eine Attacke. Äh. Ah. Ei. Scheißdinger. Oh, nö, jetzt ist es voller Feuer. Oder war es schon voller Feuer? Äh, ich nehme jetzt das hier. So, hier schnell hin. Ah. Nein. 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 Halt mich. Halt mich. So, ratsch, ratsch. Bade. Habt den... Nein. Bobe, trotzdem schenkt. Noch ein Geschenk. Ein Geschenk? What the fuck? Ein Geschenk? Aua, aua, aua. Hey, Luis. Wenn wenigstens mal einer sterben würde. Okay. Okay. Nein. Okay, ich komme nicht mehr zu Luis. Ah, shit, shit, shit. Drecksmoker. Ach du... Äh. Okay, das... Ah. Ach, Gott. Nein. Ich habe gewusst, dass du es bist. Ah, weißt du, hätte ich dich nur vom Heilen abgehalten. Wärst du jetzt so ein leichtes Ziel gewesen. Ja. Hätte, hätte. Fahrrad kriegt. So. Das muss jetzt schnell auf. Au. Shit. Aua. Oh, shit. Nein. Was soll das, bitte? Nice. Wollt ihr mal bitte sterben? Du, halt der Tänk. Ey. Ich hatte nur noch Nack-Hauptwaffe und dann ist das passiert. Stirb jetzt mal. Wow, man hat sich viel Schaden angerichtet. Oh, oh. Oh, God. Oh, oh. Ja, das war's. Oh, ich hab's geschafft. Holy fuck. Wow, der Tank hat echt viel gerissen. Ja, der scheiß Tank. Der ist so schnell da gewesen, wir wären weitergekommen. Er hatte Glück, dass nur einer gleichzeitig auf mich schießen konnte und ich konnte einfach draufhämmern. Wie ein Bekloppter. So. So, und jetzt ist es andersrum. Jetzt ist Dru und ich. Survivor. Ich brauche nur einen Bereich. 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 Das hat nicht viel gebracht. Okay. ich höre einen von euch kurz was die selten hat er noch einer weg wenn es so weiter geht warum kommen die NPCs nie hinterher die kommen nie hinterher ich raff das nicht mhm 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 Oh, das macht auch echt Spaß, mal der Arsch zu sein, der alle anderen umbringt. Hä? Stopp, ich sehe einen Smoker und ich verwette meinen Arsch drauf, dass es einer der anderen beiden Pappnasen ist. Oh, das ist doch blöd. Hä? Oh, Spiel, häng jetzt nicht! Doch nicht. Hahaha. Hahaha. Hm. Oh, guck euch, ihr scheiß Viecher. Die NPCs sind so nicht zu gebrauchen. Sie können einen heilen, wenn man es nicht braucht, ey. Ja. Das ist nichts. Ich glaube, hier lang geht es weiter. Hier schwer ein Jockey. Reiten! Reiten! Ach, scheiße. Was? Okay. Ich habe irgendwas aufgehoben. Kommen sie gleich zu der Stelle unter mir gescheitert sind. Oh, das wird interessant. Jojo! What the? Oh, fuck. Die eine Stelle. Ach, scheiße. Oh, schade. Wieso bin ich hier? Komm her, Luis. Yes. Oh, oh. Au. What the? Was? What the was? Du hast mich gekillt, Kilos. Sehr gut. Gefällt mir. Oh, Mann. Was? Wir sind alle am Boden? Oh, Goddammit. Oh, ein bisschen mehr. Oh, wir sind fünf Meter weitergekommen. Scheibenbendet. Ja, weil unser NPC früher gestorben ist. Aber die können wirklich nichts, ey. NPCs sind totale Idioten. So, dann haben wir das auch mal gesehen. Dann kann ich jetzt die Aufnahme auch an der Stelle beenden. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Das war jetzt ein kurzes Special. Special?